Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rennestopp ist 2.30 Uhr nach dem Dach, das ist der Andreas Grüebel, unser gledischer Leiter. Hier steht eine Dachverkehr, Sicherheit für Schädenfuß. Jetzt steht eine Dachverkehr, Sicherheit für Schädenfuß. Sicherheit für Schädenfuß. Sicherheit für Schädenfuß. Räder ist stopp, Räder ist stopp, der Fahrer, der Fahrer, die 6.7.0, der 6.9.0, der Amersdorf am SCC Landshut. Also mir gefällt der Dreier gar nicht. Max? 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 Ich muss was anschauen. Ich muss was anschauen. Ich muss was anschauen. Einmal kreuzig? Ja. Na, ich muss es nicht. Andere sind die Läder. Piotr, auf, jetzt bist du ein Kino schubst. ... jetzt machen wir das ... ... jetzt machen wir das ... ... jetzt machen wir das ... So. ... Schriegel! Schriegel schregen. Schriegel schregen muss. Schriegel schregen. Was ist los? Was ist los? Und wenn der Vater da auf dem Rücken liegt, dann muss er so weit fahren. Super. Wir fahren bei dem Erdüberschlag, dem Parallelüberschlag. Die können wir da kurz sein. Zurück, gell? Das ist genau ... Pass mal auf, die sind ... Die sind genau gekoppelt. Das kann man sehen. Feuere, oder? Das ist beide da. Langsam, jetzt lassen wir uns jetzt kümmern. Jetzt kommen wir uns erst einmal um die Zwei. Wir spielen noch wieder in den Ausfahrt. Siegheizbeigen, der Schriftbrot. Siegheizbeigen. 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 Siegheizbe. ardoorstraße. Räder, stopp! Da muss ich stehen bleiben, da ist kein Mensch dort, da ist rein, da hat sich nichts zu bewegen. Da wurde auch Präsidone gab es rein, da war es nicht so. Wenn du die Möglichkeit hast, dann fährst du den Schiff, dann fährst du den Schiff, dann fährst du den Schiff. Dann fährst du den Schiff. Sie waren beim Kittelstück. Hier schaut es einmal an. Du bist noch nicht angemalt. Was ist da los? Vergessen. Ich habe angemalt. Aber das muss sein. Wir sind später wieder erhebender Autofahrt. Sicherheitszeigen, sie stecken vor. Sicherheitsgebäder ist frei. Da geht es umher, was wir sagen. Der Kugel ist nicht mehr. Da hat man die Schiff. Ich habe es nicht mehr. Die Schiff hat das Schiff auch nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr auf dem Klausimer Essen. Sie starten immer in der 90. Eine meter der Krugel. Ich fährt von der 100. Nr. Dumpen auf den 30. Dumpen auf den 3. Lassen wir uns hier die 51 Sekunden aus, und dann wird es jetzt drin stehen. So, die 90. 11. Runde, die 124. 37. 11. Runde. Rotator, die 153. Runde, die 124.omanien, 432. Dann wird die 308. Runde, die 134. In database. 4, 36! 4, 4, 3, 6, 30! So, das war dabei. Hey, hey, hey! Jeden Tag, der nächste Woche hat sich aufgemacht. Der Robert Holwell aus Euterhause ist im Stockergeschäft. Hat er gewusst, das ist die letzte Kurse vorbei an der Platz. Wie ist es denn?